Heyo, hier ist der Daniel, erstmals mit seiner besten Hälfte, dem Lukas. Hallo. Hi. Tja, wir kommen zur ersten Folge von Let's Play Together, deswegen sitzen wir auch zu zweit. Wir haben uns überlegt, naja, was kann man zu zweit spielen? Koop ist immer super, deswegen haben wir uns Rayman Legends von Ubisoft rausgezogen. Deswegen sag ich, reden wir gar nicht viel um den heißen Brei, sondern legen los. Yay. Sie haben es echt wieder mal ganz toll getroffen mit diesem handgezeichneten 2D-Stil. Der war schon im Vorgänger, echt, echt ganz großes Kino und hier haben sie es echt noch auf die Spitze getrieben. So ein hübsches Spiel. Hübsch. Ne, es zeigt halt, dass man echt mit 2D noch wunderschöne Spiele machen kann, manchmal sogar noch besser als in 3D. Und gerade auch, wie sie mit den unterschiedlichen Ebenen so ein bisschen spielen, um da Tiefe zu erzeugen. Ja, ich muss die aufwecken, klar. Wie mit dir jeden Morgen. Und die auch immer Y drücken, um dich aus dem Bett zu schmeißen. Mein Wecker klingelt vor deinem, ja. So. Der Tutorial-Typ ist auch mal weg. Das habe ich jetzt nicht gehört. Wirklich eine Taste. Ja, da ist er. Ich bin fett. Ja, was bist denn du für ein Wiki-Verschnitt? Ich weiß es nicht. Kann ich bin anders. Aber du hast eine Multi-Hacke. Die ist gut. Kann ich da bin anders. Wow. Der Pils hat gepupst. Ja, das ist für die Einsteiger hier. Warte. Wie geht das? In der Luft schlagen. Oder nach unten. Nee, das geht nicht. Das ist so. Jetzt geht's. Ja, jetzt warte hier. Warum zeigt er dir nur dein, wie du zu steuern hast? Tja. Ah. So. Ah, das ist wieder so ein Secret. Wahrscheinlich wieder wie ein Vorgänger überall, wo man nicht hinguckt. Da gibt es Geheimnisse, wo man dann weitere von diesen... Wie heißen die eigentlich? Ich habe dich runtergeworfen. Du hast mich... Hey. Nein, jetzt komm her. Lass mich raus. Das ist ein Koop-Spiel. Man spielt zusammen, nicht gegeneinander. Ja. Da haben wir noch andere Folgen von Let's Play Together, wo wir mal gegeneinander spielen können. Ja, schon wieder. Ja, jetzt. Wie heißen denn diese singenden Dinger? Ich weiß nicht, sie fehlen, oder? Ich kenne diese kleinen Dinger. Wehe, du kriegst das jetzt. Haben wir schon eins übersehen? Ganz links. Kann es sein. Gehen wir nochmal zurück. Da muss doch... Das ist immer dasselbe. Da läufst du durch das Level durch und durch diese angezeigten Interface-Elemente merkst dann, okay, ich habe noch was verpasst. Das ist sehr frustrierend. Aber vielleicht baut das auch nicht so von links nach rechts, sondern irgendwie voll cool und abgefahren. Nein, nein. Nein. Doch, doch, doch. Hier, guck da. Hey, der fliegt weg. Nein. Bleib hier. Da, so. Yay. Siehst du, ohne mich. Ohne mich. Das gibt so was von die Goldmedaille, ich sag's dir. Ich glaub nicht. So, du, wie im Vorgänger, dass man im Grunde nur ein Leben hat, es sei denn, man sammelt so ein Herzchen. Woher wir das jetzt allerdings haben? Das hat uns die Königin da unten. Ah, okay. Das ist keine Königin. Hallo, die hat eine Krone. Okay. Man weiß ja, dass es ein Mädel ist. Ah, die ist geschminkt. So, was jetzt? Jetzt kommt der Tutorial-Typ wieder. Ich fange zu dir hier. Ich muss Y drücken, damit die Kreatur ins Auge piekst. Ah, ja, da merkst du halt... Au, es hat mich... Ah, doch nicht. Ich habe nicht viel Glück. Nein, das Ding hat Stacheln, lass das. Da merkt man, eigentlich hatte Ubisoft das Spiel ursprünglich exklusiv für die Wii U geplant. Und diese grüne Figur wäre dann ein dritter Spieler gewesen, der das Ding quasi mit dem Gamepad gesteuert hätte, um die beiden anderen Spieler zu unterstützen. Allerdings hat Ubisoft gemerkt, die Wii U verkauft sich jetzt nicht so wahnsinnig gut. Bringen wir es also auch auf allen anderen Plattformen raus. Und so hat auf... Jetzt hast du mich schon wieder. Tut mir leid, dann komm halt hoch. Und dann hat Ubisoft eben das auch für alle anderen Plattformen, also für PC, Xbox 360 und PS3 entwickelt. Jetzt bin ich tot wegen dir, weil du so viel Lava hast. Hey, ich will hier ein bisschen Informationen rüberbringen. Das interessiert niemanden. Erstmal hier rechts. Ja, du hattest recht. Daniel. Vielleicht können wir ja nochmal zurück. Nein, können wir nicht. Das ist wie im ersten Teil, dass man nicht zurückkommt. Weißt du, von wem Goldmedaille? Du verkackst alles. Weißt du, was ich jetzt noch sagen wollte? Genau. Und da führt es dieses, weil du da ja kein zweites Gamepad hast, mit Bildschirm und so weiter, wie bei der Wii U, ist der Typ halt hier im Grunde völlig ad absurdum bei der Xbox und der 360 und PC. Das ist echt schade. Ja, aber selbst wenn es für die Wii U, ich habe nicht so viele Freunde, dass wir zu dritt spielen können. Aber schön zu wissen, dass es geht. Weißt du, was ich vermisse? Weißt du, was ich vermisse? Im ersten Teil gab es am Ende eines Abschnitts immer diese Türen mit den Augen, die dann immer so gemacht haben, wenn man draufgeschlagen hat. Warte mal, muss ich den noch befreien? Dass ich mir jetzt eine Sache wieder gut machen kann. Die haben hier schon wieder allein in ein Level so viele tolle Ideen gepackt. Das reicht bei manchen anderen Spielen für drei Spiele. Drücken. So. Dobi ist wieder eine Siegel. Oh ja. Auf. Jetzt darfst du mich mal hauen hier. Na also, schön gemacht. Danke. Spiel nach Bett zu bleiben. Wollen wir mal sehen, wie weit du reinkommst. Ich habe eh viel mehr. Um Himmels Willen, was ist hier? Ich sterbe. Nein, Daniel. Ja, siehst du, mach das jetzt allein. Ne. Hau mich. Jetzt warte ich noch mal hier. Ey, ey. Ich kippe das ganz gut, allein nicht. Daniel, nehme mich jetzt. Jetzt hier, guck doch. Du, die haust du wahrscheinlich eh gleich wieder an die Spitzen ran. Nein, das ist nicht. Äh, wie denn? Ah, so. So, nein, stopp. Und jetzt wieder zurück. So, und? Ey, für den ersten Level war das jetzt schon ausgesprochen. Ich will jetzt nicht sagen, unmöglich oder knifflig, aber früher war die Lernkurve nicht so steil. Ja, geht jetzt. Oh, aber was sind die Münzen? Das ist keine Ausdauer, das ist keine Ausdauer, ne? Ne, ich hab's halt auf unten gedrückt. Ne Tür. Wieder ohne Augentür. Mach ich halt, wie die Augen früher. Und weiter geht's. Ui. Kannst du mal hier. Da soll's kaputt machen. Der will aber nicht. Ypsilon. Okay. Ha! You're so right. Ja. Bam! Das ist aber so, man entwickelt mit der Zeit so ein bisschen ein gespürendes Auge davor, wo was versteckt sein könnte. Wobei man doch im Verlauf des Spiels dann merkt, die Geheimnisse und Verstecke werden immer besser. Schon im ersten Teil wurden unsere Statistiken im Verlauf immer schlechter, weiß ich nicht. Irgendwann war's dann schön, wenn man alleine den Level schafft. Ja, das stimmt auch. Was ist denn hier links oben? Nichts. Nichts. Geh weg. So. Jetzt schieb den nach hier rum. Das muss man wieder zurückschieben. Ey, nicht mich hauen. Ja, das ist, jetzt weißt du mal, wie das ist. Ja. Jetzt schnell. Ja, erstmal den wegbatschen hier. Äh, oh Gott. Ein ÖPC macht, glaube ich, das ist der Zeit. Wow. Wow. Ich bin... Ach, mein Herz ist mal weg. Ey, jetzt hol das Kack-Ding darüber. Danke. Das war jetzt. Das war eine Zusammenarbeit. Bildschön. Oh Gott, ich fülle ja total von den gebliebenen Sorgen hier. Nein, ich bin kaputt. Kannst du mich mal wieder bedienen? Ja. Konfetti. Das heißt, wir haben es bestimmt geschafft. Ja, aber uns fehlt genau eins. Weißt du, wo du wieder füllen? Ja, ist okay. Das heißt, du hast gewonnen. Ich hab gewonnen. Du hast gewonnen. Ich hab mehr Peen eingesammelt. Das wollen wir gleich mal sehen. Wo stand das? Stand das hier oben? Oh, bling? Echt? Ja. Ja. 317. 317. Ja, okay, okay. Das heißt, die nächsten Cocktails gehen auf mich. Ist das nicht in Hande? Aber vielleicht haben wir ja dann noch... Kriegen wir noch Gold. Wenigstens Gold will ich noch haben. Ich fand auch im ersten Teil diesen Zylinder-Tüdie, der dann irgendwann so Yay, Yay, Yay gemacht. Das war cool. Yay, geschafft. Sehr gut. Gewonnen, 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 gewonnen. Rayman Legends ist das beste Beispiel. Wir brauchen mehr Jump'n'Runs und vor allen Dingen mehr Co-Op-Jump'n'Runs. Denn dann kann ich dich auch mal wieder an die Wand klatschen. Ja. Wobei, das nächste Mal spielen wir dann gegeneinander. Jeden Fall. Wo wir beim Thema wären. Ich hoffe, euch hat die erste Folge von Let's Play Together gefallen. Kommentiert bitte ordentlich unter dem Video, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, was wir vielleicht anders machen können. Und wir schauen uns auf jeden Fall jeden Kommentar an und versuchen, wenn es gute Ideen sind, die in der nächsten Folge umzusetzen. Tja, ich sag, oder besser, wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Abonnieren.